Hallo und herzlich willkommen im Kult der Kammer-Video hier in Concordia. Es gibt in diesem Level drei Kammer-Symbole, die sich alle auf den Dächern von Concordia befinden. Wir starten hier vor Moxys Tür und gehen hier nach rechts, weil das ist so der einfachste Weg eigentlich, den ich gefunden habe, um oben auf die Dächer zu kommen. Und zwar hier rechts über das kleine Vordach, springen wir eine Etage höher. Links, Quatsch, rechts um der Ecke und noch ein Dach höher und rennen dann hier diesen Weg entlang wieder Richtung Moxys Eingang, biegen dann links ab und haben das erste Kammer-Symbol hier auf dem Boden. Auf der Karte ist das an dieser Stelle. Von da aus weiter müssen wir noch weiter nach oben. Da bin ich jetzt hierher gegangen. Dann über diesen Pümpel, nenne ich es mal, da vorne auf das Dach. Mit schweben geht das eigentlich recht gut. Dann über den nächsten Poller noch eine Etage höher. Und dann befindet sich das zweite Kammer-Symbol auf der Rückseite von dem Raum, den ihr auch für einen Quest schon betreten müsst. Auf der Karte ist das an dieser Stelle. Und der letzte, der ist ganz hier unten in der Nähe von der Stelle, wo ihr das erste Mal Concordia betreten habt. Aber halt auch nicht irgendwo auf dem Weg, sondern wieder auf einem Dach. Dazu dann einmal hier schräg rüberspringen mit schweben und dann fliegt er im Grunde schon genau darauf zu. Da sieht man es schon auf dem Dach. Und das war das dritte Kammer-Symbol. Dann habt ihr so viel Concordiale und es geht weiter im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.